Florian Silbereisen, Traumschiff Zukunft, jetzt lässt er die Bombe platzen. War es Absicht, oder doch ein Versehen? Florian Silbereisen lässt die Bombe platzen, es geht um seine Traumschiff Zukunft. Dienstagabend, Münchner Olympiahalle. Volles Haus bei Florian Silbereisens Schlagerfest XXL. Alles funkelt, alles glitzert. Vier Stunden Schlager Marathon. Die Halle bebt. Und da ist dieser eine Moment, der alle Silbereisen und ZDF Traumschiff Fans glücklich machen kann. Florian Silbereisen, zieht sich im Laufe des Spektakels unglaubliche zehnmal um, spricht zu der feiernden Menge, vor 20 Jahren war ich noch jung und knackig. Heute bin ich. Ein Zwischenruf unterbricht ihn. Silbereisen wendet sich direkt an den Feen. Sag das nicht. Nein, sag das nicht. Nicht gebrechlich. Nein, nein, so weit ist es nicht. Nein, nein, ich bin noch fit, aber man wird ein bisschen älter. Florian Silbereisen lässt seinen Spiegel sprechen. Schließlich spielt Silbereisen auf etwas an, was bei der Silbereisen-Special-Ausgabe der ARD-Show die große Schlagerüberraschung schon für großes Amüsement gesorgt hatte. Dort bekam er von Howard Carpendale, 78, eine Haartöhnung geschenkt, für die ersten grauen Haare. Als Florian Silbereisen 1990er Jahren seine Karriere begann, stand er mit blondem Fukuhila am Akkordeon auf der Bühne. Mit der Zeit hältte sich das Blonde immer mehr auf, die Frisur, länger und mit mehr Volumen. Ab 2008 wurden es auf seinem Kopf kürzer und dunkler. Ich werde in Zukunft einfach zum weisen Kapitän mit weißen Haaren auf dem Traumschiff. Florian Silbereisen Florian Silbereisen Ich habe im Spiegel nachgeschaut, es sind mittlerweile so viele, das hat überhaupt keinen Sinn mehr. Also, ich werde diese Haartöhnung nicht anfassen. Großes Gelächter in der Halle. Und dann das. Florian Silbereisen Ich werde in Zukunft einfach zum weisen Kapitän mit weißen Haaren auf dem Traumschiff. Hat Florian Silbereisen etwa absichtlich oder unabsichtlich die Bombe platzen lassen? Schließlich war bislang noch immer nicht klar, ob Florian Silbereisen als Traumschiff-Kapitän Pager weitermachen wird. Wenn fröhliche Menschen feiern, sprechen ihre Herzen. Es hört sich so an, als wäre dies auch bei Florian Silbereisen jetzt der Fall.